Ich weiß nicht. Es ist hier ein LED-MSF-Druck. Entschuldigung, nichts Persönliches. Soll ich dir eine Schwangchenmaske besorgen? Soll ich dir die Flasche hier in den Arsch hauen? Red dich mal um, Kameramann. Muss man auch nicht sehen. Wie glauben wir? Jetzt, heute vielleicht nicht. Okay. Später dann. Später dann. Später mach ich dann. Später die Geschrei war nichts. Also. Gut, also wir escapen heute den Raum. Wir sind jetzt hier bei escape..Room... Wir versuchen jetzt, eine Stunde lang aus einem Raum rauszukommen, in dieser Konstellation. So, Jungs, hier. Ein Prost in den Schlauch. Das ist ein Blutmann. Willkommen bei UND-Skept-Frankfurt. Guten Tag, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Also, ihr seid jetzt in einem Raum eingeschlossen. Da müsst ihr diverse Hinweisen nachgehen, Rätsel lösen, um einen Stuhl zu erlangen, damit ihr nach 60 Minuten maximal die Tür auflösen könnt. Das heißt, wir müssen die Rätsel suchen? Ja. Ah, und dann sind die in den Zetteln? Aber die sind nicht hinter schweren Gegenständen versteckt. Rätsel suchen wir und dann... Das ist eine Lüge, ich dachte. Richtig gut, dass er es gesagt hat. Dann sprechen wir das in einem Gespräch. Sprunggeborenen in den Schrank. Muss da drin sein. So, lass ihn mal erzählen. Hey, kann man doch mal ein Brüchsteinbier. Dann bin ich, Herrmann. Das wird lecker. Bum 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 Mr. Sandman Bring me your dream Bum 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 Make him the cutest that I've ever seen Bum 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 Ich weiss den Textleiter nicht mehr weiter Aber das klingt doch alles recht sexy und heiter Mr. Sandman Das war's, wenn ihr keine Fragen mehr habt, können wir loslegen? Ja, legen wir los. Empfiehlst du uns noch, was auf Vorrat mitzunehmen? Besser nicht nachher, du musst denken. Dann ist die Blase nicht so voll. Ah. Zeige Musik. Es geht schon um die Blase. Ich wünsche viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön. Na dann. Auf geht's. Es ist ja kalt. Wir werden jetzt hier eingesperrt, oder was? Ja, wir müssen das jetzt lösen. Dominik, der geht jetzt. Die Tür ist zu. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich hole erst mal eine für jedes. Danke dir dafür, dass du uns das schöne ermöglicht hast. Ich nehme doch gerne mal die schweren Sachen abzubauen, um zu gucken, ob da was dahinter ist. Nein, das soll eben nicht machen. Hier, das Ding. Aber was hat er gesagt hier hin? Ah, schau mal. Schwätzen. Mit der Hand. So was finde ich sehr, sehr richtig. Sollen wir irgendwo mal sammeln? Ja. Hier ist ein blauer Chip. Hier ist ein blauer Chip. Hier ist ein Kugel. Guck mal, ich habe ein Rätsel gefunden. Ein Rätsel? Ein Rätsel? Ja. Ja, mach mal den vorher weg. Oh nee, das ist matemäßig. Hier sind Kugeln. Was ist das für ein Rätsel? Ein, zwei, drei, vier, drei, zwei. Oh, okay, ja, ja. Eins, zwei, drei, vier. Vierzehn. Eins, zwei, fünf… Eine Ewigkeit später… Zwei, du hast recht. Eins, zwei, fünf, vier, drei. Eins, zwei, drei, sechs, fünf und hier muss ein Vier recht sein. Ich sag's nur ungern, aber klar, hab ich recht. Äh? Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Theta, Eta, Theta, I, O, A. Boah, das ist doch klar, aber was ist denn überhaupt nicht so? Ja, damit das hier schon mal die Linie ist, nach der wir uns halten können, weil hier bringt uns das ja sonst nichts. Ich sag einfach mal, mit dem fangen wir an. Ja, aber was soll das heißen? Dass wir nach Alphas gehen. Oh, da war was. Aber warte, warte, das war cool. Hier, was ist das? Huh? Da. Frankr. Frankr. Ja, das wussten wir aber vorher, wenn ich fast sagte. Dass wir in Frankr sind. Was ist das für ein Zeichen? Und wo war es? 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 Da haben wir ja was gefunden. Ich hab das. Der berühmte Meister der Team, Hercule Poirot. I am Hercule Poirot. Jetzt begebe ich mich an der Idee. Ich weiß es haben, dann werde ich das Recht. Mach mal, hier, denk mal ein bisschen mit, weil du bist der Einzige, der nur so den Ansatz an Intelligenz besitzt hier im Raum. Ja, leider schon. Und der Rest ist noch betrunken dazu. Wo ist denn meins? Ich bin ganz normal, ich spiel hier noch mit. Eins, drei. Was hast du da drunter unter der Hose? Eins, zwei, drei. Schade. Ich hab hier, ich suche unter dem Schrank nach Sachen. Ich verstehe noch nicht mal. Die Sache ist die, wir müssen doch die Eins finden. Nicht wahr? Was ist das genau hier? Ah, hier ist... Die Taschenlampe normalerweise. Ja, aber das leuchtet, genau. Also Rotlicht könnte das sein. Also wenn es dunkel ist, sehen wir was. Schwarzlicht ist es, genau. Schwarzlicht ist es, genau. Schwarzlicht. Wofür brauchen wir hier Schwarzlicht? Und Alpha ist also, Alpha ist hier. Ja, für irgendwas wo dunkel ist. Ja, für irgendwas wo dunkel ist. Guck doch mal was da steht. Boah, Dominik, halt mal echt. Mach doch mal was. Guck mal ab, steht. Ja, guck doch selber. Welche goldenen Knips? Ach so, Moment. Drei. Die kann man abmachen. Kann man abmachen? Ja. Findest du auch? Nee. Hier. Ich mein ihn. Ja, ja, alle. Also wir haben fünf in der Länge, das macht ja bestimmt irgendwas aus. Und drei in der Höhe, die haben wir auch hier. Das heißt, hier haben wir die drei, hier haben wir die drei. Jetzt fünf plus... Nee. Fünf plus drei sind acht. Das heißt, was haben wir denn hier? Und jetzt, wenn das hier aber in der Höhe... Wenn das hier die drei ist und da die acht ist, dann ist das doch die... Pass mal auf. Wo ist die andere? Wo ist die andere, die hier ist? Und jetzt machen... Ach so, jetzt brauchen wir noch... Warte mal, warte mal, was ist das hier? Wieso liegt hier so viel Kette? Warte mal. Hier ist die Kette. Ah, warte mal. Hier ist diese Null. Die haben wir auch noch nicht genutzt von den Kuchen. Nee, hier ist so. Norden, Asten, Süden, Westen. Hier ist es so. So rum. So. Ja. So ist es richtig. Hier ist es genauso wie es ist richtig. Genau. Also diese Appetit. So. Das ist so. Wie so schreit der denn schon könnte. Wir sind dumm. Oh, ich vertrete es auch noch. Ja. Oh. 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 Und scheäch tot, fazendo so meta. Ich bin der Regenmacher. Weißt du was es scheiße ist? Der Regen hat angefangen. Während wir in diesem fucking Escape Room waren. In der einen Ställe. Jaajaja. Das hat man nicht machen sollen. Ne. Hahaha. Wir müssen uns in den Raum einsperren. Und dann auch nicht mehr rauskommen. Und dann schreibt der Typ auch noch so komische Sachen an die Wand. Ja und auf einmal. Mit so Lachgesichten. Ich setze mich hier auf die Seite. Wir müssen doch auf die Weiz... Gut, wir haben den Ersatz jetzt. Ja, aber eigentlich müssen wir auf India warten. Ja, wir müssen doch auf India warten. Aber mach schon mal ein Bild.